Musik Feuerstürmen wollte ich sie gar nicht mehr. So wo ist er sie? Musik 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 Mike Musik 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 der haupt ganz schön aus nicht genug so wo ist denn das Schiff direkt unter uns da 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 und Wapen ja liebe Zuschauer so geht das Spiel von Level 1 bis jetzt Level 60 das Tollste sind immer die Level-Ups wenn man neuen Rang kriegt und neue Schiffe bekommt ja so Lagebericht holen sie das Dekalitium naja er kämpft schon ja klar hier sind Wischhub-Frigatte schnell weg hier da ist der grüne Punkt der grüne Punkt irgendwo fliegt auch noch was hinter uns irgendwo ist noch was Rotes ja so ich habe rübergebeamt was soll ich zerstören beam sie die Ladung auf die Blockierstation hä das ist die Störstation da hinten dann müssen wir die ganzen Feinde ausradieren ausradieren ja ich kann jetzt schon beamen ich mach das mal dann beam nochmal hin nebenbei baller ich ein bisschen einmal weniger ja Fly-by-Attack soo da wollen wir die große Kreuzer Ach, gibt kein Sonar dran. Ach, klar. Oh, Protonen liegen. Aua. Dann sind sie wieder in Power. Mensch, Horde über Horde. Oder Schweinig-Pigate, etwas aus. Ja. Wrongly. Wow, scheinert ja. So, bevor ich so alles gefunden habe. Protonen-Torpedo-Werfer MK2 macht sogar mehr Schaden. Hopp, reinbauen. So, ich schwieme. Wenn ihr dazu drückt, ist auch langsam dem Ende unseres Low-Levels. Ich kann mein Schiff nicht ausrüsten. Mann, Mann. Schon soweit. Ja, langsam, langsam. Ich hoffe, die Missionen hier schaffen wir noch. Die scheint ja noch etwas länger zu gehen. Was muss man hier machen? Scannen sie verdächtige Objekte. Okay. So. Hier ist ja alles verdächtig. Ja, ich finde das ganze System verdächtig. Die Feinde sind da hinten schon wieder. Word of Praise. Ich scanne mal. Mach du mal. Ich kann nicht scannen. Warte, ach doch. Moment, Moment, Moment. Ja, doch. Ich kann scannen. Nee, ich werde angriffen. Von allen Word of Praise. Muss ja auch lohnen, ne? Das ist ein Angriff. Ja, natürlich. Einer ist auf jeden Fall schon mal weg. Die sind ja schon niedlich. Ja. Sagst du das lieber nicht, wenn ein Tringone dabei ist. Schon getan. Dann geht's zum nächsten Feinden. 25. Ein riesiger Asteroid ist da hinten. Und Schlachtkreuzer. Oh, das wird schon. Schon wieder ein Taco Bell? Ja. Ja, der steht schon mal ein Besser-Zieb. Oh, fucking Mien. Dann bin ich. Ohne Mission. Dann mal los. schiz Na dann Oh Verdammt, ihr bei der Decke geschossen Super Du hast es aber gezeigt Das war der Warnschuss Das war der Warnschuss Okay Was müssen wir machen? Hier hinten was zum scannen Dann scanne es Ich töte so lange den Klingonen hier, der mir den Rücken zuwendet Mach das Also was bekomme ich? Was bekomme ich? Ich bekomme die Lithium-Erz Oh, das ist gut Das ist eine Währung Das Schwertmeister ist hier oben Oh, der hat ein Bedlath Endlich mal jemand Er hat es natürlich weggepackt Er hat eine Kanone gezifft Ne, ne? Oh Oh Ich habe auch ein Gefecht gesetzt Das ist nicht gut Das sollte helfen Ich rufe gerade mal nach Hilfe Ja Hilfe Warte ich heute mal Hyperspray in der Vene Jetzt habe ich mich selbst geheilt Ich bin geheilt Ah, okay Verstärkung So, hier oben scheint er, ähm Chester-Syl zu sein Aber ich habe hier keine Konsole, die ich bedienen kann Ah, da unten ist einer Ne, ist eine Kiste Hier ist die Kon- Hier ist der Computer-Cam Eigentlich Gut, dann hau rein So, die Übertragung Bege- Äh, hinter uns Gut, dass die Klingonen sich auf ihr eigenes Schiff beam Oh, Fortschritt dauert ja ewig Oh, das ist was zum Scannen So, was habe ich jetzt bekommen Katalysator und Partikel und Erz Tja, und nun? Warten nicht, sobald er sich füllt, ne? Ah Klingonen Der Waffenoffizier Ja Oh, da greift er Jetzt, das ist unglaublich Doch, sie greift mit dem Badlet an Ne, hat sie weggesteckt Ja, ne? Ziemlich doof, oder? Man kommt zu nah Und die stecken den Badlet wieder weg Oh, ein Diskurscharfschützengewehr Yay, Auszeichnung habe ich erhalten Hey So, das ist eigentlich noch ein guter Zeitpunkt, um zu beenden Okay So, ich warte noch ein bisschen beim Weltall Das ist ein schöneres Endbild Ja, auf jeden Fall Ach, wir sind schon wieder hier am Sektorraum So Ich hoffe, die erste Stunde in Star Trek Online hat euch einigermaßen gefallen Im Anschluss, also nächste Folge wird dann Midgame sein Weiter Stoppen sie das Signal Jawohl Congratulations, Lieutenant Hau mal noch, Leutnant, ey Wann kriegen wir den Level ab? Tja Naja Jawohl Bis dann Live long and prosper Wie heißt das auf Deutsch? Lebe lang und in Frieden Genau, lebe lange und in Frieden Bis dann, tschüss Bis dann, ciao Ciao